Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Sorry, wir haben ein bisschen... Es ist heute schwierig, aber es ist ganz toll, dass ihr alle hier seid bei diesem Mistwetter. Aber ich denke, ihr wisst ja, wenn man in Deutschland für Vernunft und Gerechtigkeit ist, dann muss man standhaft sein und der Regen ist noch das Kleinste. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich riesig, mit euch zusammen hier zu sein und gemeinsam für einen politischen Neubeginn in Deutschland zu streiten. Ihr habt ja auch garantiert jetzt bei meinen Vorrednern schon ganz, ganz viele Argumente gehört, warum es so wichtig ist, am 9. Juni BSW zu wählen. Und zwar nicht nur, weil auch in Brüssel unbedingt der Wind anders wehen muss, sondern vor allem auch, weil hier im Land, das ist doch ein Elend, wie diese Ampel regiert. Und ich finde, der 9. Juni, das sollte auch der Tag sein, an dem die Abwahl dieser unfähigen Regierung beginnt. Weil das haben wir doch nicht verdient, dass die alles zugrunde wirtschaften, wie sie das jetzt seit zwei Jahren machen. Das muss sich doch endlich ändern. Und wir erleben das ja täglich. Da erzählen sie uns immer, na, es liegt doch gar nicht an Ihnen. Es liegt ja an der Weltlage. Die Welt ist so kompliziert geworden. Es gibt so viele Krisen. Und in China geht die Konjunktur runter. Und das sei ja doch der Hauptgrund, dass die Welt so schwierig ist, dass wir hier in Deutschland auch Krise haben. Nur ist es ja richtig, wir haben tatsächlich eine komplizierte Lage auf der Welt. Dazu sage ich auch gleich noch was. Aber bitteschön, andere Länder leben in der gleichen Welt. Und trotzdem wächst woanders die Wirtschaft. Trotzdem wird woanders investiert. Trotzdem ist woanders die Industrie nicht auf dem Absprung. Trotzdem sind in anderen Ländern die Preissteigerungen nicht so extrem wie bei uns. Also es liegt offenbar nicht an der Welt. Es liegt offenbar an den politischen Fehlentscheidungen hier bei uns in Berlin. Weil wir sind das Schlusslicht inzwischen. Und das kann so nicht bleiben. Das sollte sich unbedingt verändern. Dafür stehen wir als PSW. Und gucken wir uns doch ganz konkret an die einzelnen Probleme. Ein ganz großes Problem ist doch, dass bei uns die Energie so teuer ist wie fast nirgends. Die Strompreise gehören zu den Spitzen in Europa. Die Spritpreise sind teurer als anderswo. Ja, woran liegt das denn? Unter anderem liegt es zum Beispiel daran, dass wir eine Regierung haben, die sich als Moralweltmeister dieser Erde aufspielt. Und die uns erklärt, dass es hochmoralisch ist, dass wir jetzt das böse russische Gas nicht mehr kaufen dürfen, und dass es hochmoralisch ist, wenn Herr Habeck nach Katar fährt, in die islamistische Diktatur und einen tiefen Bückling macht. Weil das Gas dort, das ist offenbar sauberes Gas und moralisch edles Gas. Diese Doppelmoral und Heuchelei, die treibt doch hier die Preise hoch. Oder dass man russisches Öl nicht mehr in Russland kauft, sondern über einen riesen Umweg über Indien. Das ist doch einfach die Schizophrenie dieser Politik. Wir schaden uns, wir schaden nicht Putin mit dieser absurden Politik. Und deswegen muss sich das ändern. Wir müssen da kaufen, wo wir Rohstoffe günstig bekommen und nicht so ein Schwachsinn machen. Und natürlich ist es nicht nur der Einkauf, der bei uns die Preise hochtreibt. Es ist natürlich auch, dass bei uns, bei Strom, bei Sprit und überall, da sind ja auch Unmengen an Steuern und Abgaben obendrauf. Die Hälfte des Spritpreises sind Steuern und Abgaben. Beim Strom die Hälfte, über die Hälfte des Preises sind Steuern und Abgaben. Und diese Steuern und Abgaben verkaufen sie uns dann auch noch als einen besonderen Beitrag zum Klimaschutz. Weil sie sagen, ja, wir müssen ja jetzt den CO2-Preis erhöhen, weil wir sind ja fürs Weltklima und wir müssen ja jetzt überall den Strom verteuern und das Heizen verteuern, angeblich im Interesse des Weltklimas. Ja, ich bin auch dafür natürlich, dass man das Weltklima schützt. Ich bin auch dafür, dass wir so produzieren, dass wir nicht unsere Umwelt zerstören, dass nicht unser Klima immer heißer wird. Aber bitteschön, durch eine durchdachte Politik muss man das machen und nicht durch einen Irrsinn, der dazu führt, dass wir ein relativ klimaverträgliches Pipeline-Gas durch amerikanisches Frecking-Gas ersetzen. Wo bleibt denn da der Klimaschutz? Das ist doch völlig absurd. Das ist doch völlig irre. Oder eben auch, da macht man den Leuten ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihr Auto benutzen. Da verteuert man den Sprit durch diesen CO2-Preis. Und gleichzeitig sorgt der Staat oder macht der Staat nichts dafür, dass bei seiner eigenen Bahn irgendwie ein attraktives Angebot entsteht. Im Gegenteil, die Züge sind notorisch unpünktlich, die Kapazitäten werden abgebaut. Auch beim Gütertransport immer weniger steht zur Verfügung, also immer mehr LKWs auf der Straße. Und gleichzeitig zieht man den Leuten das Geld mit CO2-Preis aus der Tasche. Das ist doch ein Irrsinn. Das ist eine unehrliche Politik. Die Wahrheit ist doch, die stopft ihre Haushaltslöcher mit dem CO2-Preis. Für das Weltklima hat er überhaupt keinen positiven Effekt. Und das ist eben das, was die Menschen auch empört und was sie auch umtreibt. Dass sie einfach das Gefühl haben, da sind Politiker, die lügen ihnen ins Gesicht, wenn sie behaupten, das sei also alles fürs Klima so wichtig und das sei alles so sinnvoll. Und Herr Habeck hat es ja vor kurzem sogar offen gesagt. Er hat jetzt in einem Video, in einem sogenannten Bürgerdialog, hat er gesagt, naja, also mit dem Heizungsgesetz, da haben sich ja alle aufgeregt. Das war ein Test und da ist es halt nicht so gut angekommen. Also machen wir mal wieder den Test zurück und sind ein Stück zurückgegangen. Was ist denn das für eine Politik? Wir haben doch nicht eine Regierung gewählt, damit sie die Menschen testet. Wir haben eine Regierung gewählt, damit sie die Probleme löst und für die Menschen das Leben verbessert. Und das erwarte ich auch, dass eine Regierung das tut. Und nicht diese Arroganz, die sich auch in dieser Aussage widerspiegelt. Und natürlich eine Regierung, die Probleme lösen will. Klar kann keine Regierung sofort alle Probleme lösen. Also das wäre ja auch absurd, wenn man das verspricht. Aber das fängt zum Beispiel schon mal damit an, das Lösen der Probleme, dass man die Probleme kennt, dass man sie zur Kenntnis nimmt. Und bei vielen Politikern hat man noch das Gefühl, die wissen gar nicht mehr, wie die Menschen, wie viele Menschen in Deutschland leben, mit welchen Problemen sie sich rumschlagen. Also gerade bei Herrn Habeck hat man wirklich oft das Gefühl, der glaubt ernsthaft, alle Menschen in Deutschland leben so, wie seine Freunde in der hippen Großstadtblase, wo sich das Leben zwischen Hafermilch, Macchiato, Bioladen und Lastenfahrrad abspielt und E-Wagen als Zweitwagen um die Ecke. Aber das ist doch nicht die Realität. Das ist doch nicht das, was vielen Menschen umgreift. Ich meine, ich habe überhaupt nichts gegen Bioladen. Ich finde, jeder, der sich das leisten kann, sollte da einkaufen, weil es einfach auch gesünder ist. Aber für viele Menschen in Deutschland steht doch überhaupt nicht die Frage, Aldi oder Bioladen. Für viele Menschen steht mittlerweile die Frage, was können sie beim Discounter noch in ihren Einkaufswagen legen? Können sie sich frisches Obst und Gemüse für sich und ihre Kinder noch leisten, nachdem die Preise so explodiert sind? Das ist doch das, was die Menschen umgreift. Und das müssen doch erst mal Politiker wenigstens wissen, wenn sie politische Entscheidungen treffen, statt das Leben immer weiter zu verteuern. Und apropos Abgehobenheit und Probleme nicht kennen. Wir hatten ja alle, vielleicht haben Sie es verfolgt, Frau Ricarda Langen war ja vor einiger Zeit eben in einer Talkshow und wurde gefragt, was ist Ihrer Meinung nach die Durchschnittsrente in Deutschland? Und ich finde, alleine die Antwort, die sie gegeben hat, hat eigentlich wirklich gezeigt, dass diese Frau als Vorsitzende einer Regierungspartei eine komplette Fehlbesetzung ist. Weil sie hat da geantwortet, die Durchschnittsrente, die Durchschnittsrente in Deutschland, das seien 2000 Euro. Ich weiß nicht, wie viele Rentnerinnen und Rentner hier auf dem Platz sind. Rechnen Sie sich mal Ihre Rente durch. Ich glaube, die meisten werden sowas von glücklich, wenn sie mal einen Monat 2000 Euro überwiesen bekämen. Nein, die Durchschnittsrente in Deutschland, wenn man 40 Jahre geschuftet hat, ist 1445 Euro. Und für viele Menschen ist sie noch niedriger. Die Hälfte hat weniger als 1100 Euro. Das muss doch eine Regierungspartei und deren Chefin, muss das doch wissen, damit man auch weiß, da ist Handlungsbedarf. Da muss sich was ändern, wenn immer mehr alte Menschen inzwischen zu der Tafel gehen müssen. Aber das nehmen die nicht zur Kenntnis. Nachdessen führen sie zynische Debatten darüber, dass die Renten in Deutschland angeblich noch zu hoch sind. und dass man die unbedingt weiter kürzen muss, weil das können wir uns ja gar nicht leisten, diese vielen, vielen hohen Renten. Das ist so eine Respektlosigkeit gegenüber den Menschen, die da jahrelang geschuftet haben. Ich finde, alleine schon dafür haben die alle eine riesen Ohrfeige bei der Europawahl und natürlich auch bei der nächsten Bundestagswahl verdient. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Du bist mir hier in Yourself geconnectretzen. Danke. Jordan Buß zapkechern. Danke vieler. Und commanded fälltreken. Vielen Dank.